Herzlich Willkommen zurück zur Fußball Top 10. Heute habe ich für euch eine ganz besondere Top 10 Liste zusammengestellt. Die besten Scorer der WM 2014 sind nicht schwer, ihr seht sie bereits im Bild. Jedoch habe ich mir die Mühe gemacht und allen Vereinen ihre WM Scorer Punkte zugeteilt und eine Hitliste erstellt. Dabei zählten natürlich Tore, Vorlagen und die Zugehörigkeit des Spielers aus der vorigen Saison, also der Saison 2013-14. Aber jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der aktuellen Liste. Bis dann, euer Van Bergen. Ciao! Bis dann, euer Van Bergen. Bis dann, euer Van Bergen. Bis dann, euer Van Bergen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017